Liebe Eltern, ich begrüße Sie ganz herzlich in der Kindertagesstätte Wippinger Weg. Wir sind eine zweigruppige Einrichtung für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Insgesamt 40 Kinder besuchen unsere Einrichtung. Hier befinden wir uns in der Sonnenscheingruppe. Das ist eine U3-Gruppe für Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Hier können die Kinder malen oder basteln. Hier an diesem Tisch findet das Frühstück statt, morgens von vier nach sieben bis ungefähr zehn Uhr. Die Kinder decken sich den Tisch selber ein. Und mittags essen die Kinder hier zum Mittag. Das Mittagessen wird von einem Caterer jeden Tag frisch angeliefert. Dann gehen wir hier weiter. Das ist unsere Bauecke mit Konstruktions- und Baumaterialien. Hier sind wir jetzt im Nebenraum der Sonnenscheingruppe. Hier können die Kinder in der Leseecke sich mit Büchern befassen und Geschichten erzählen. Sie können hier bauen, mit der kleinen Puppenecke spielen oder hier in der Sitzgruppe Vater-Mutter-Kind sein. Und jetzt können wir über die Zelttreppe in die nächste Gruppe gehen. Hier befinden wir uns jetzt im Gruppenraum der Regenbogengruppe. Die Regenbogengruppe ist eine U3-Gruppe für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren. Hier im Gruppenraum können die Kinder am Maltisch malen. Oder jetzt im Herbst haben wir ganz viele Kastanien gesammelt, sodass die Kinder jetzt im Moment mit den Kastanien konstruieren oder Figuren legen können. Hier sind wir jetzt im Nebenraum der Regenbogengruppe. In diesem Raum können die Kinder mit sehr viel Konstruktionsmaterial oder mit viel Magneten arbeiten. An diesem Tisch wird gefrühstückt und mittags essen die Kinder hier auch zum Mittag. Und weiter geht's auf der Zelttreppe bis oben in die Turnhalle. Jetzt sind wir in der Turnhalle angekommen. Hier können die Kinder große Gebäude bauen, mit Fahrzeugen fahren, klettern nach Herzenslust, laufen, springen, tonen, was ihnen gerade gut gefällt. Und zusätzlich findet hier oben die Musik- und Tanz-AG einmal in der Woche statt. Hier befinden wir uns jetzt in unserem weitläufigen Außengelände, in dem sich die Kinder nach Herzenslust austoben können. Wir sind sehr glücklich, dass wir hier so nah am Feld sind, dass wir dieses Feld auch für uns nutzen. Das heißt, wir gehen hier sehr oft spazieren und haben auch die Gelegenheit, mit Frau Räufig mal ernten zu schauen. Nun, liebe Eltern, sind wir am Ende des Rundgangs durch die Kita Wippingerweg. Ich hoffe, es hat Ihnen bei uns gefallen und würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann wiedersehen. Auf Wiedersehen!